hallo und herzlich willkommen zurück zu harry potter lego harry potter jahre 5 bis 7 und wir sind hier vor dumbledores büro und für noch weiter nach oben zu kommen müssen wir hier wasser haben aber wir werden uns jetzt dazu entscheiden zu dumbledore ins büro zu gehen das haben wir eigentlich auch schon gesehen das haben wir schon gesehen der letzte episode aber es ist ja nicht so viel legoklötze rein und jetzt dein gesicht einfach in das wasserbecken mein ich ein früheres ich nach dem dumbledore und hier waren wir in der letzten episode stehen geblieben und ich muss auch ehrlich sagen auch hier liebe leute nehme ich dieses spiel neu mit der gtx 9 70er auf und muss echt sagen es läuft sogar flüssig also da irgendwie es läuft flüssiger ich habe keine ahnung wieso warum aber es läuft wirklich auch flüssiger hier wo es eigentlich gar keine ausdrückung auf das spiel eigentlich hat und was für eine dame ich hier auch mr cole mrs cole so scheiße muss ein schlüssel haben muss ich nicht miss es acht die hat den schlüssel ach das ist die wärterin oder irgendwas die hat die schlüssel dafür und wir können hier nicht durch wir können hier nirgends durch wir sind da wahrscheinlich zu klein ja ich muss den schlüssel haben aber ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß mit akku mal und jetzt drehen wir das ganze ding bis es rot wird ach so und da und hier und dann macht das springbrunnen läuft natürlich ein bisschen auf überlast aber das macht ja nichts drehen die soße ganz komisch aber wir schaffen es immer wieder mit der guten dame ist wie immer etwas aufschließen können ach da ist ein schlüssel ok ach nee 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 sorry 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 jetzt bin ich kurz verwirrt stimmt aber dumbledore muss da rüber und dann irgendwas in einem putz robot runter da gibt es da gibt es ganz viel kohle schupptidu schupptab da schupptab die batippe die da kohle kohle hier und da und jetzt haben wir auch eine tür erschaffen um und wir sind hier in der vergangenheit darum auch das ausgeblichene wüsche was was müssen wir jetzt machen noch hier irgendwas noch zusammenbauen und können wir hier auch nicht immer nicht durch leider gottes schade mach das türchen auf liebe dame liebe dame und wir sind weiter meine gefangenschaft hallo ich bin's ich bin wie du ein magier das böse in dir ich habe den aufgenommen und wir haben einen goldenen stein dazu bekommen richtig nice und wir sind wieder die beschissenen hebel ziehen und so auch immer ich will durch so katsching und ich bin echt nicht an der grafikkarte das ding hier ist so beschissen irgendwelche lecks produziert das ist das spiel selber möglich falscher ort sorry oh cool brillentein ich sehe nichts ist da unten was dann gehen wir noch einmal nach oben nach oben nach oben wenn wir da drinnen nein die brille die sollte eigentlich helfen eventuell ganz zu oberst da wo dann das wasser eigentlich auf uns warten könnte hallo dreh das ding mal runter dauert jahre bei dir das ding mal ganz oben ach der hat immer noch die brille an wie praktisch hallo dreh das ding mal ganz oben Harry potter ja der typ ist echt ein bisschen durch er ist durch als durch was ist hier ach okay die brille einfach so angezogen oha heute war die brille nicht mehr an dort sind neue schüler die lernen gerade fleißig für irgendwelche tests die wir nie machen werden ist es nicht neu hier unten nö ich will hier für weasleys geht das nur so klein die simpfe habe ich mir aber anders vorgestellt golden stone und da wir schon hier oben sind kann es nicht schaden wenn wir hier schon mal ein bisschen abklappern oh schon fertig na dann die holde meint auf der anderen seite gibt es da noch was scheint nicht der war zu sein heißt wir gehen hier auch mal wieder rein und durchqueren ganz hogwarts nur um ans andere ende zu gelangen beziehungsweise wir verlassen hogwarts mal wieder das muss auch gelernt sein genie ist da haben wir irgendwie die part ist das draco malfoy der muss offenbar auch damit gehen heute ach äh ist das nebel ach äh ist das nebel hier und kannst weitermachen retter in not nee irgendwie nicht aber wir können eventuell dadurch ja dann hallo schlüssel ist das der hocksmeade oder nee irgendwas doch hocksmeade ist halt doch oder dunkle wald der verboten der wald wie gesagt nicht der dunkle na ich bin wieder hoch und schlüssig oh der baum der baum der baum baum ach haben wir im baum etwas gutes getan das ist ja auch schön oh die müssen wieder spielen ich will auch ja oh wo haben wir die blöden brillen da haben wir die haben wir mit da 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 ist noch ein eisklotz also da hinten ist noch kein mann da oder ein kind das irgendwie aus zu eis geworden ist nein fuck it zu weit gelaufen reiche nochmal ein Brille anziehen wir wollen ja nicht irgendwie was tun und wieso müssen wir in den in den in den wie hieß da wie heißt da tempel da hinten das ding rechts am Bildschirm wie heißen das ach es niemand wow glaub da würde jemand gerettet werden 2 von 7 2 von 7 heißt hier oben nein da oben du Töhle Schnee kommt in das ding 3 2 2 3 5 zum alkoholisieren und ein Ladebildschirm taucht auf wieso auch immer ja da ist was drin hallo komm schon mit hallo wir sinds hallo Milch für alle Na und wie sinds hier Was? Drei? Okay, wir müssen drei Krüge finden. Demnach. Eine Ente? Was soll mit dem Ende anfangen? Ach, für den. Ein Zapfhahn oder irgendwas ähnliches. Ach der. Na, Halla. Ja. Dreimal Karten, bitte. Schönen Sessnen. Das, äh... Geen, huh? raus Was jetzt Wir spielen hier Müssen, keine was machen müssen, aber Das wir dann schon noch Genug erfahren und wir sehen uns dann In der nächsten Episode, viel Spaß, hau's rein, wir sehen uns Harry Potter Die Jahre 5 bis 7 Willkommen im Spiel Links unten könnt ihr Wenn ihr drauf klickt auf die Playlist kommen Ansonsten genießt das Outro Noch ein bisschen das Zusammenschnitte Von mehreren Videos Enthält Wenn ihr mehr schauen wollt Gebt dem Daumen, dem Video ein Daumen hoch Ein Fafo da lassen Oder ein Abo Das wäre sehr, sehr nett, liebe Leute Denn so weiß ich Kritik kommt an, super Ich kann weiter produzieren Ja, es gefällt euch Bis dahin, Tschüss Ja, es gefällt euch Ja, es gefällt euch